Was für ein Panorama! Ich bin selbst ganz begeistert von diesem Ausblick. Da unten sieht man noch die Nebelschwaden durch die Täler ziehen und oben diese klare Sicht auf die umliegenden Berge, also ich bin hin und weg. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind heute hier am Hochkar bei Video- und Fotoaufnahmen hier für die Region und es soll das Thema heiraten in den Bergen, Heiraten im Voralpenland beworben werden. Wir sind heute mit einem Team hier aus insgesamt acht Personen, von Visagistin, Haar-Stylistin, Videografen, Fotografen, alles pipapo, natürlich auch Models, die mit dabei sind. Da sind wir schon um fünf Uhr in der Früh hier rauf am Berg mit einer Sonderfahrt. Doch noch ein herzliches Dank an die Liftgesellschaft, die uns das ermöglicht haben. Wir werden hier Aufnahmen machen und ich möchte fast sagen, ja, das Nonplusultran Aufnahmen, das man überhaupt machen könnte. Ich freue mich, wenn ich euch diese Aufnahmen auch in diesem Video und auch in dem Folgevideos zeigen kann und wünsche viel Spaß mit diesen Eindrücken. Sprengung. Abonniert Covid-19 Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020